Was geht ab Leute Zane ist wieder da heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 910 und ja leider recht spät es ist mittlerweile halb 10 wo ich das hier aufnehme aufgrund der Arbeit und paar Sachen die ich noch so erledigen musste konnte ich aber leider nicht früher ich hoffe ihr könnt mir das verzeihen und wir legen jetzt los die Spoiler die ich euch vorlese kommen vom Pirate Board. Titel des Kapitels Auf in die Welt von Vano. Raffi und Co. lesen die Zeitung mit Artikeln zu The Reverie und werden nostalgisch. Hier Vivi, Rebecca und viele weitere bekannte Gesichter sind zu sehen. Nami ist wütend weil Sanji Bilder der hübschen Mädels herausgeschnitten hat. Warum wird sie jetzt wütend? Ist sie doch eifersüchtig? Nami x Sanji ich sehs kaum. Chopper regt sich auch darüber auf. Schneidet dann aber selber einen Teil aus wo man Dr. Colea sieht. Raffi meint dass man alle wiedersehen wird sobald sie einmal um die Welt gereist sind. Währenddessen nähert sich das Schiff bereits Vano. Das Wetter verschlechtert sich und eine riesige Welle nähert sich. Die schaut aus wie Ukyo-e Kunst. Das ist einfach eine japanische Zeichenart. Ungefähr vergleichbar mit der Zeichen Stil Methode von Kinemons Nebendarsteller. Ich hab's doch eiskalt seinen Namen vergessen. Was diese Art der Kunst verwirrt die Crew. Dann erscheint ein riesiger Oktopus und nein nicht der gleiche wie aus der falschen Menscheninsel. Der wie ein Kabuki Darsteller schreit. Dies lockt eine Herde riesige Karpfen in der Größe der Sunny an. Sanji wundert sich weil das Süßwasserfische sind. Aber tatsächlich befindet sich die Sunny in einem riesigen Fluss. Sie steuern auf einen Wasserfall zu wo Nami davon überzeugt ist dass dahinter das Vano Königreich liegen muss. Raffi hält sich an den Karpfen fest welche das Schiff den Wasserfall hinaufziehen. An der Spitze des Wasserfalls wird es allerdings von einem Strudel erfasst und alle werden verstreut wo Raffi und die Sunny an irgendeinem Strand landen. Natürlich ist Raffi wieder alleine. Auf einmal kommt ein riesiges Wildschwein welches aussieht wie ein Komainu. Ein Bild dazu füge ich euch hier ins Video ein. Aus einem angrenzenden Wald hervor und rammt die Sunny. Das Wildschwein wird von einem großen Pavian mit einem Katana gejagt. Und nein es sind nicht die gleichen wie bei der Mihawk Insel. Glaubt mir einfach. Ich habe die Spoilerpicks gesehen. Die bei der Mihawk Insel sind schwarz. Der hier ist weiß. Seht ihr auch hier in diesem Spoilerpick drin. Nebenbei was ich euch einblende. Die Paviane bei Mihawks Insel sind auch ein bisschen kleiner. Oder deutlich kleiner. Ich glaube so halb die Größe. Naja auf jeden Fall steht dieser Pavian dann vor Raffi. Raffi ist nun endlich überzeugt in Wano angekommen zu sein weil es hier Tiere mit Schwertern gibt. Und nein Raffi du bist nicht in Wano. So ganz und gar nicht. Die Insel sieht erstmal komplett anders aus mit so einem riesigen Felsen hier. Aber interessant könnte sein wir wissen ja dass eine Legende wohl bald auftauchen sollte. Vielleicht kommt diese Legende ja jetzt vor. Wir haben hier eine kleine einsame Insel die irgendwie nur durch über einen Wasserfall erreichbar ist. Wenn man diesen Wasserfall hochfliegen oder hochfahren kann wie auch immer. Wäre doch das perfekte Versteck für eine Legende. Naja ist einfach mal nur eine reine Spekulation. Aber dieser Gedanke gefällt mir. Was sagt ihr zu den Spoilern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Einen dicken dicken Daumen oder auch zwei wie auch immer. über ein Abo. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich hoffe ihr habt es schon. Oder natürlich auch einfach nur über einen kleinen Kommentar. Über eine private Nachricht wer ob euch das Video gefallen hat. Reicht mir auch schon vollkommen aus. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Oh Mann das Video ist heute etwas anders. Aber trotzdem haut rein. Ciao.